So, heute gibt es was ganz Einfaches aus Blätterteig mit Kümmel und Sesam. So, schön zusammengerollt, etwas Wasser drauf, dann auch nochmal Sesam und Kümmel. Jetzt kommt es in den Ofen bei 200 Grad für 20-25 Minuten. Und nun sind sie fertig. Voll lecker. Greift nur zu, aber esst nicht alle auf einmal. Die schmecken auf jeden Fall so gut, die machen total süchtig. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.